So, hallo, wir machen weiter. Bei einer Runde. Isaac, Repentance, April Fools. Äh, April's Fool. So rum. Der Tag heute war einfach nur verrückt. Heute war so ein Tag... Also es ging einfach... den ganzen Vorm Tag über ging einfach praktisch nichts. Irgendwie hat sich einfach alles verabschiedet. Mein Unterricht ist dadurch ausgefallen, weil wie gesagt nichts ging. Dazu passt es jetzt, einen komplett verrückten Run auch noch zu spielen. Ja, Bombsacki, ist das wirklich Bombsacki? Jo, das war jetzt tatsächlich... okay. Das, was unten stand, hat jetzt gestimmt. Die Ansage war Wangedown. Worauf kann man sich jetzt verlassen? Ich bin mir immer noch nicht so ganz schlüssig. Weil komischerweise hat es jetzt ja die Pille angezeigt und es war keine... Achso, ach ja. Weil ich die Pille schon mal hatte. Das ist natürlich auch interessant. Das ist natürlich auch interessant. Okay, ich habe ein Spaceby-Item. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Spaceby-Item... So spam... Ah ja, lol. Ja, ist egal. Das wird auf jeden Fall sehr viel bringen. Wir probieren es mal. Spaceby-Items können sehr gut sein. Wenn man das Damokless-Schwert hat, habe ich gehört. Das ist ein fantastisches Spaceby-Item. Sollte jeder nutzen. Ne, also... Das Damokless-Schwert, um das mal kurz klarzustellen, ne... Ähm... Es ist natürlich schon ein cooles Item. Weil du bekommst damit immer... Für jedes Pedestal-Item bekommst du einfach doppelten Shit. Und das ist... Selbstverständlich ist das fantastisch. Gar keine Frage. Ja, ich habe da richtig Bock jetzt auf den Kampf. Hier, komm, mach mich kaputt. Da portet es mich einfach direkt wieder hier rein. Sensationell. Pandoras Box. Das Ding ist jetzt halt... Das ist halt dann cool, wenn man es mitnimmt eine Weile, ne? Wenn man es eine Weile mitnimmt. Wenn ich es jetzt hier im allerersten Ding einsetze, ich glaube, dann ist der Effekt nicht so geil. Ja, Basement, zwei Soul Hearts. Und das war's. Wenn ich es bis in die Caves behalten könnte, würde ich ein Boss-Item bekommen. Aber dafür müsste ich jetzt zweimal Bloat schaffen. Dafür müsste ich jetzt zweimal Bloat schaffen. Naja, wir gucken mal. Ach nee, stopp! Macht Pandoras Box jetzt überhaupt was, was Pandoras Box macht? Oder ist es jetzt eher ein One-Time-Use-Item, das einfach irgendeinen Random-Spacebar-Effekt auslöst? Das wird's wahrscheinlich dann eher sein. Oh, okay. Die gehen jetzt hier... Okay. ICU. ICU. Wir probieren's einfach mal. Wir gucken mal, was geht. Wir gucken mal, was geht. Ach so, da ist nix. Also da ist schon was, aber nix für mich. Sind die jetzt... Gehen die jetzt nur durch die Wand oder gehen die jetzt grundsätzlich durch alles eigentlich durch? Ah, okay. Die sind jetzt komplett durchlässig. Auch durch Gegner? Ne, okay. Bei den Gegnern bleiben sie hängen. Also sie sind... Sie sind nicht, ähm... Piercing, sozusagen. Aber sie sind durchlässig durch... durch... durch Objekte. Objekte halten die nicht auf. Nicht mal Wände halten die auf. Und dann kommt sie an der anderen Seite wieder raus. Okay. Das ist schon mal interessant. Das wird mir jetzt nicht sehr viel nützen beim Bosskampf. Na, aber wir probieren's einfach mal aus. Weil ich wissen will, ob Pandoras Box in Caves 1... mir wirklich... ein Boss-Item spawnt. Das ist das Ding. Das wüsste ich gerne. Ist da noch eine Spinne? Ja. Komm mal her. Komm mal her, Schnucki. Komm mal her. Hier. Hier. Put, put, put. Ja, komm mal her. Hier, komm. Komm, 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 komm. Schön hierher. Ja. Ja. Nee. Hier hoch. Ja. Ja. Ha. Ja, das war doch effizient. Das war doch effizient. Und wir werden halt leider den Bosskampf nicht bestehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Dafür kann ich ihn jetzt hier von der Seite angreifen. Sehr gut. Oh boy. Ach und das dumme ist ja, dass er... Ja. Dass er Gegner spawnen kann. Also jeder Bloat hat so seine Vor- und Nachteile. Ach eben. Die Scheiße kann er natürlich... Die kann natürlich jeder Bloat. Diesen blöden Wurmstorm nach unten kann natürlich jeder Bloat. Das ist klar. Aber er kann halt zusätzlich noch Gegner spawnen. Das macht das Ganze problematischer. Ich muss mich erstmal um die Gegner kümmern Das Problem ist halt, dass man bei ihm Wenn man dann versucht, seinen Gegnern auszu... Ja, wenn man den Kleinen versucht auszuweichen Achso, ich könnte auch in die Richtung schießen Dass man dadurch dann aber eher in ihn reinrennt Das macht das Ganze deutlich problematischer Ja, okay Ja, es war ein Versuch Jetzt weiß ich leider nicht, ob das... Ja, jetzt weiß ich leider nicht, ob Pandaus Box etwas genutzt hätte oder nicht Lead Pencil Keine Ahnung, was der tut Ah, aber ich sehe, dass meine Schüsse teilweise einfach... Okay, ich sehe, was er tut Der macht zwischendurch, macht er einfach mal So einen... Ist das einfach random, wann der das macht? Ja, das ist einfach random, okay Ah, Stachelraum Ich würde den Lead Pencil mal wirklich nutzen wollen Wir gucken einfach mal, wie wir damit zurechtkommen Da gehe ich jetzt lieber nicht in den Stachelraum und riskiere hier irgendwas Ne, also so und wenn ich dem Bloat so ein Ding hier reindrücke, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen Nein, ah, du blöder Hit Das Hauptproblem bleibt, wie schon mal gesagt, dass man halt Im Prinzip Wirklich kaum getroffen werden darf in dieser Challenge Weil jeder Treffer Ist halt eine Katastrophe Weil du halt das nicht zurückkriegst So, du kriegst halt einfach Jetzt habe ich gerade mal wieder ein Herz zurückbekommen Weil es jetzt eine Münze sich Verflucht Weil eine Münze jetzt so gütig war Um Eben Mir ein Herz zu geben Aber Herzen kriegst du hier halt super selten Sagen wir es so Naja So, wir probieren jetzt mal was Ich habe zwei Bomben Mit Glück kriege ich hier nochmal Energie Ja, okay, ein halbes blaues Herz kam dabei raus Und hier haben wir auch nochmal ein paar Bomben Und die Bomben in dem Fall Sind Schlüssel Und eine Münze Also nicht mal im gleichen Raum Ist es das gleiche, wenn man es einsammelt Das ist schon Wirklich insane Okay Ja, gut Aber Schlüssel sind wichtig Für die nächste Ebene Das ist eigentlich somit das entscheidendste Gucken wir halt mal was wird Ob wir jetzt ihm viel Schaden damit machen können Ja, naja Wenn ich das Ich darf da nicht durchlaufen Oh Gott, ich kann halt nicht aus Es ist so schwierig Ihm vernünftig aus Jetzt springt er da hoch Und ich kam hier kaum raus Und bin ich wieder eingesperrt Jetzt kommen die blöden Dinger Es ist so gruselig Gegen den Typen zu kämpfen Es ist so gruselig Na dann gehst du ein bisschen zu hoch Und dann macht er seine Blutpaddel da überall Oh mein Gott Blutpaddel da überall hin Dann kommen die anderen Viecher angeflogen Dann gehst du Versuchst du dem auszuweichen Dann schießt er sein Brimstone nach Nach unten Oh Gott ey Jetzt geht er wieder da hin Oh ich lass mich viel zu viel treffen Oh ich Ach das war's wieder komplett Maggies Bow ist natürlich Ne nette Geschichte Weil HP ab Aber das nützt mir halt leider nichts Gegen den Kampf Der mir bevorsteht Das ist das Ding Ich bräuchte halt was Was mir den Kampf Oh Gott dieses Ding wieder Alter ich Ich bräuchte halt was Was mir den Kampf Irgendwie Oh nicht schon wieder der Der geht mir so auf den Keks Weil ich den nicht besiegen kann Ich muss dafür die anderen Gegner besiegen Dass der abhaut Und der ist so unkontrollierbar Weil er einfach wild durch die Gegend rennt Und überall hin feuert Oh mein Gott Gar kein Fan von dem Ding Überhaupt kein Fan von dem Ding Aber das ist halt wieder so eine Challenge So ich will jetzt spielen Bis ich die schaffe Und ich werde Mir entsprechend auch einfach Die Die Zeit nehmen Bis Also ne Wer Wer Sozusagen Fortschritt in der Hauptstory Von Isaac sehen will Bis wir uns mal wieder Zu Martha begeben Ähm Ich versuche ja jetzt mittlerweile Mache ich auch Thumbnails zu Isaac Das heißt ihr seht Am Thumbnail Ob es eine Challenge Folge ist Oder ob es eine normale Folge ist Ja Ähm Daran könnt ihr euch orientieren Ist eigentlich selbsterklärend Wenn da nun mal die Challenge drinsteht Der Name von der Challenge drinsteht Ja wird es wohl ne Challenge Folge sein Wer hätte das erwartet Uh Sensationelle Sache Okay Es würde hier drüben Mehr Sinn ergeben Dass da der Geheimraum ist Ja Dann nicht Ja schade Hat natürlich nicht das gebracht Was ich wollte Ich Wie soll Alter Ich werde bei dem so sauer Und gerade am Anfang Dauert ihr halt so ewig Bis man dann mal besser wird Gegen ihn Weil man dann halt Upgrades hat Und so ne Aber jetzt am Anfang Dauert ihr halt einfach ewig Ja bleib so Mach so weiter Mach so weiter Bleib da unten Bleib da unten Es ist mir sehr recht Bleib einfach da unten Nein Du hast es nicht verstanden Mit dem unten bleiben Das ist ja ein guter Bloat Kampf Das ist ja ein sehr guter Bloat Kampf Sehr angenehm Ich will es Gott Entschuldigung Ich will es nicht verschreien Wenn man nach unten springt Ist das halt das Beste Weil auch jetzt Bleib halt oben Äh unten Ja okay Den haben wir Den haben wir Sehr nice Sehr angenehmer Bloat Kampf Nicht nochmal treffen lassen jetzt Sondern einfach Das Ding Na gut Den Hit muss ich wohl akzeptieren Damage und Range Up Schön 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 Mehr kann ich in der Ebene nicht tun Ich habe leider keinen Schlüssel bisher Für den nächsten Item Raum Ich brauche dringend einen Schlüssel Ich brauche ganz dringend einen Schlüssel Ich kann noch kurz in den Shop gehen Da war ich noch nicht drin Glaube ich Da wäre jetzt ja noch vielleicht Feuer zum Oder war ich im Shop? Da wäre vielleicht noch Feuer zum Sprengen Ja Und vielleicht ist ja eine Münze drin Und vielleicht ist die Münze ja ein Schlüssel Das war eine Bombe Okay Aber dadurch dass ich jetzt den Burnt Penny habe Sind auch Münzen die ich aufsammel Werden zu Bomben Also die Twinkets scheinen ihre Effektion Die Twinkets scheinen ihre Effekte zu behalten Das ist ganz gut War ich da eigentlich Feuer? Nein Also schon aber habe ich kaputt gemacht Äh Die Twinkets scheinen ihre Effekte zu behalten Das ist ganz Okay Okay Wir gehen auch jetzt noch in den Geheimen Raum Der muss Der muss hier sein Das geht gar nicht anders Er wünscht mir Glück Ja das sehe ich auch Das war ein HP ab Obwohl in feste Deutschland war es ein HP ab Und jetzt steht unten Retrovision Das heißt ich glaube der Text unten Wenn man die Pille schon mal eingesammelt hat Ja Ja Der Text unten ist der reale Das was die Stimme sagt Und was angezeigt wird Ist das falsche Aber der Text unten ist der reale Wenn man die Pille schon mal hatte Das heißt wenn da unten Bad Trip steht Ist es auch am Ende Bad Trip Wenn es dort steht Natürlich ist es im Normalfall Fragezeichen Das ist schon mal gut zu wissen Und das Damage Up ist natürlich auch nice gewesen Gar keine Frage Jetzt haben wir noch eine Weile Diesen Retro Effekt Der hört gleich wieder auf Keine Sorge Gib mir den Schlüssel Komm Yes Das blaue Herz war der Schlüssel Das blaue Herz war einfach ein Schlüssel Sehr sehr nice So hier kann es Böse Kettenreaktionen geben Wenn ich nicht aufpasse Ja Da geht schon los Oh Wird lieber den Den Burnt Penny behalten Solange ich Items einsammle Dass andere Items dabei rauskommen Ich mach mal die Ecke hier kaputt Das sind auch keine Fässer Die ich verschieben kann Oder so Das seh ich Mittlerweile seh ich das So Und dich noch Und dich noch Sehr nice Okay Gut Da ist noch Ah Hier hätte ich Scheiße Hier hätte ich einen hinlotsen müssen Schade Habe ich leider versaut Aber ich habe meine Bombe wieder bekommen Von daher ist es okay Ich muss noch mal ganz kurz lesen Dass ich jetzt nicht verwechsel Was dieser Galp Penny Dings macht Das ist eines der ganz ältesten Twinkets Ich Müsste es eigentlich wissen Ah ja Wenn ich getroffen werde Dann Ähm Kann es passieren Dass ich Münzen droppe Ich will aber ja nicht getroffen werden Deswegen Also Items Die darauf basieren Dass ich getroffen werde Die sollte ich meiden Ganz ganz dringend Rühe schnell die Kollegen Hier abfeuern Bevor die hier irgendwie Blödsinn machen Weg mit dir Und weg mit dir Okay Schön Gutes Gute Gute Kiste Ist hier noch unten eine Tür Nein Dann ist nur da drüben die Tür Okay Okay Solange ich zwei Schlüssel habe Könnte man sich darüber Gedanken machen Ich hätte jetzt nur gerne Das kommt mal hierher Wobei explodiert ihr überhaupt Ich glaube ihr explodiert gar nicht Du könntest explodieren Wenn ich Glück habe Jetzt haust du aber ab Die hauen alle ab Ich habe Ich lotste jetzt nicht drei Jahre Bis die da mal da sind Wo sie explodieren könnten Ich habe jetzt keinen Bock drauf Komm macht euch weg Die hauen halt einfach eh Okay Da ist aber dann der Itemraum Das ist auch sehr gut Die spawnen immer mehr Dreck Nee die explodieren auch nicht Das war Quatsch Ich werde in irgend so eine Von Scheiß Spinnen reinrennen Ich sehe es kommen Das ist mit meinen ärgerlichsten Treffer Immer in diese blöden kleinen Spinnen reinzurennen Ich hasse das so sehr Okay das war's Und es ist noch ein Schlüssel getroppt Okay So Gehen wir erstmal in den Itemraum Machen wir erstmal das Okay der ist auch nicht Der ist ganz nett Es ist kein Fass dabei Was ich verschieben kann Ich glaube aber auch Die können nichts droppen Die Fässer Ich glaube sie Oh So viel zum Thema Die können nichts droppen Aber das ist nicht Nicht das was ich Wobei Der droppt glaube ich Random Irgendwann Droppt der mir einfach Bomben Das könnte ich dann genauso mit Als Einsammeldings nehmen Naja Gib einfach eine höhere Chance Bomben zu finden Na Na Lassen wir mal So jetzt gucken wir mal Was in der Kiste ist Ich hoffe dass es Dass es wert ist Die Bombe zu opfern Und den Schlüssel Ja Bei einem Item auf jeden Fall Tears und Shots Beat up Noise Jedes Schuss upgrade Ist gut Da ist nochmal so eine Kiste Verflucht Ich brauche wieder Bomben Brauche schon wieder Bomben Nicht gut So komm mach den Kollegen mal hier weg Dass ich den da habe Ist gut Problem ist halt Dass er eine gewisse Reichweite Natürlich Verlangt Oh Oh okay Bombe Yes Es ist eine Bombe Nein Du Du dummes Trollspiel Es ist so unfassbar Jetzt habe ich eine Schlüssel Und eine Schlüssel Einen Schlüssel Und eine Bombe Geopfert Und kriege nicht mal Einen neuen Schlüssel Och Nö Ich muss irgendwo Einen Schlüssel Okay wisst ihr Das Ding ist Ich könnte jetzt Ja Ja komm Wir opfern mal Die zwei halben Wir opfern mal Die zwei schwarzen Es ist blöd Aber Ich war noch nicht drin Ich guck mal rein Und ja komm Wir gucken jetzt einfach aus Ich habe einen Schlüssel bekommen Und was ich jetzt halt Mir erhoffe Ist dass die Münzen Die jetzt dadurch getroppt sind Draußen Dass die Insgesamt dann Naja Schaut es euch an Am Ende war es vielleicht Gar nicht so verkehrt Ich habe wieder mehr rote Herzen Klar die schwarzen Sind jetzt ein bisschen weg Aber ich habe jetzt vor allem Wieder zwei Schlüssel Und zwei Bomben Also Am Ende würde ich fast sagen Es war sinnvoll Dass ich es gemacht habe Es war eine riskante Geschichte Will ich gar nicht bestreiten Es war wirklich eine riskante Geschichte Aber ich glaube In dem Fall war es Vielleicht tatsächlich sinnvoll So Wo geht es eigentlich weiter Ähm Hier Hier waren wir schon Ah hier unten war ich noch nicht So Wo war ich denn jetzt noch nicht Hier oben war ich noch nicht Ja Vorsichtig Nicht treffen lassen Wir sind energietechnisch gerade wirklich gut dabei Da ist der Shop Den gehen werden wir Wir werden überhaupt nicht erst besuchen Weil dafür öpfe ich keine Schlüssel Dafür öpfe ich wirklich keine Schlüssel Das Gute ist echtes Twinket Dass wir dadurch gerade zusätzlich Drops bekommen Wenn ich eine Münze einsammle Habe ich die Chance Dass eine Bombe spawnt Und eine Bombe Ist ja wieder ein zufälliges Ein zufälliges Ding Jetzt haben wir fünf Schlüssel Und drei Bomben Das ist auf jeden Fall Eine gute Ausgangslage Der Heimraum Wird wahrscheinlich hier sein Was haben wir hier? Ne Da werden wir nichts tun Außer Wollen wir die Wir sprengen sie Wir sprengen sie Okay Ne Pay to win Machen wir nicht Überlege ich gerade was Pay to win war Aber ich glaube das war Dass jetzt bei den Itemräumen Solche Maschinen drin sind Dass man das Item wechseln kann Wenn man Münzen reinsteckt Ich glaube das war Pay to win Ja genau Diese We-Stock-Dinger Erscheinen dann in Itemräumen Braucht man nicht Weil wir eh nicht das richtige Item sehen Von daher ist es egal Okay Also der Kampf muss jetzt laufen Okay es ist der Der blöde Bloat Der der Gegner spawnen kann Und Explosionsscheiße Droppt Das macht es nicht angenehmer Aber wir sind halt recht stark Jetzt schon Wir haben ein gutes Oh ne Wir haben ein gutes Range Wenn ich ein bisschen aufpassen würde Und immer schön von ihm weggehe Nicht wieder hochspringen Bleiben halt mal unten Ja das ist halt das gefährliche Die Explosionsdinger treffen mich halt schnell Und ich muss nah an ihn ran Dass der Controlled Friend Da rein geht Und zu nah an ihn ran Ist gefährlich Wegen der Wegen der Kacke Die er halt spawnen kann Ja Aber wir haben ihn gleich Also wir schaffen ihn auf jeden Fall Die Frage ist Wie viel Energie wir noch verlieren Er ist halt relativ Unberechenbar Das war's Okay Box Das ist jetzt wirklich Retrovision Das kann man also liegen lassen Judas Zunge Muss ich kurz nachgucken Ich finde jetzt kann ich mir Noch weniger merken als Items Items die zwei Herzcontainer In einem Deal Kosten würden zu einem Herzcontainer Reduziert Ich weiß nicht Ob ich in die Deals Überhaupt reingehen würde Ich würde ja versuchen Den Engelraum zu bekommen Von daher Lassen wir das Das lassen wir schön sein Karte nehmen wir einfach mit Und dann würde ich sagen Hauen wir ab Wir sind gut ausgerüstet Für die nächste Ebene Flooded Caves Ja den Raum würde ich jetzt mal spielen Den Raum würde ich jetzt mal spielen Oh das war dumm Aber Ist okay Wichtig ist halt wirklich In diesem April Fool's Ding Dass man schaut Dass man genug Bomben Und genug Schlüssel Immer hat Dass man so ziemlich alles halt mitnehmen kann Was einem das Spiel entgegenwirft Weil dann hast du natürlich die Möglichkeit Dich relativ schnell mit Herzen hochzudingsen Weil du halt sämtliche Gegenstände bekommst Und Gegenstände können ja nun mal auch Herzen sein Das ist ja das Ding Hier zack Jetzt habe ich wieder mein blaues Herz da oben aufgefüllt So jetzt haben wir hier noch die Die Truhe Da waren richtig viele Münzen drin Das bedeutet durch mein Twinket auch wieder Dass ich zusätzlich Ja nice Gegenstände bekomme Und noch die hier Okay So und jetzt noch die Pille Ich weiß nicht was es war Ich Es sah aus wie ein Rangetown Ich glaube da Es hat sich Hier ist oder Rangetown Irgendwas von beiden Irgendein Irgendein Stat ist runtergegangen Da drüben Ich mache jetzt wieder den kleinen Quatsch Wie vorhin Weil Wenn ich jetzt hier durchgehe Droppen die Münzen auf der Seite Und dann kann ich die nachher einsammeln Ich will nicht hier drin nochmal getroffen werden Das wäre ärgerlich Ja und ich kriege das Ich kriege das halbe Herz wieder zurück Alles gut Und habe jetzt hier zusätzlich Kram zum einsammeln Hat es jetzt am Ende was gebracht Ich glaube ja Und die Chance Dass halt in den Stachelräumen was cooles drin ist Ist halt auch nicht gering Deswegen Ne Versuche ich das schon so zu machen Okay Ich muss ein bisschen mehr versuchen In die Nähe von Gegnern zu kommen Dass der Mein Kollege da Auch mal aktiv werden kann Weil wofür habe ich ihn denn Es ist halt gefährlich Nah an Gegner ranzugehen Aber manchmal ist es dann doch auch nützlich Okay Wir haben den Itemraum gefunden Das ist schon mal gut Okay Herzen kann ich gerade nicht mal einsammeln So gut sind wir aufgestellt Und nachdem wir vorhin gesehen haben Dass sie doch auch Twinkets spawnen können Diese Fässer Werde ich sie doch in die Luft jagen Gut Okay Kein netter Raum Aber nicht so schlimm Weil die Wege jetzt nicht so wahnsinnig schlimm sind zum Laufen Genug Zeit Okay da oben ist der Shop Jetzt bin ich am überlegen Bei 14 Münzen Aua Wenn jetzt ein Item drin Ich meine ich habe 8 Schlüssel Ich kann wirklich mal reingehen Und es sind 2 Kauf Items Da kriege ich meinen Schlüssel direkt wieder Sollen wir eins der Shop Items kaufen Es könnten halt coole Sachen sein Wie zum Beispiel Leiter oder sowas Aber ich bräuchte halt erstmal noch eine Münze Eine zusätzliche Münze bräuchte ich noch Dann könnte ich den Shop machen Dann habe ich aber gar keine Münzen mehr Ist halt jetzt die Überlegung Na toll Aber ich wollte es eh nicht haben Oh da muss ich aufpassen Der Raum kann böse werden Oh Da ist auch eine Truhe Aber an die Truhe komme ich nicht so einfach ran Außer ich schaffe es Okay Ich muss es schaffen Ein Viech so dort explodieren zu lassen Lol Ich muss es schaffen Ein Viech so explodieren zu lassen Dass es die Truhe hier raus Waked Ich weiß nicht ob ich das hinkriege Die müssen jetzt wirklich passend hier hinkommen Hier hinten in die Ecke Die haben halt keine gute Flugbahn Für das was ich vorhabe Jetzt dreht er wieder um Oh Oh Der könnte kommen Der kommt hier runter Die sind alle da Die sind alle da Jetzt Jetzt Nein Der haut ab wieder Nein es war zu bald Jetzt Nein Oh ich habe es versagt Versaut Okay Ich probiere es mit einer Bombe Ja es reicht nicht Das reicht leider nicht Und nochmal kriege ich das nicht rein Ich kann die Bombe da rein Ja okay doch Jetzt habe ich schon so weit geboxt das Ding Jetzt setze ich nochmal eine Bombe ein Schiebe die Bombe da rein Okay Okay das waren zwei verschwendete Bomben Scheiß drauf Ich hätte die Bombe weiter rein schieben müssen Schade Blöd Blöd gemacht Blöd gemacht Gebe ich zu Nicht treffen lassen Nicht treffen lassen Was war das für ein Treffer jetzt Komplett unnötig Da kriege ich zwar mein halbes Herz wieder Aber das war ein komplett unnötiger Treffer Ärgert mich sowas Okay jetzt haben wir nur noch den Bossraum Ich könnte noch Ich könnte noch einen Geheimraum versuchen Okay wir gucken mal Von der Seite aus wird es funktionieren Von der Seite aus wird es funktionieren Die Seite spricht auch nicht dagegen Okay Lassen wir es Ich kriege keine 15. Münze mehr Es ist in Ordnung Dann lassen wir es Jetzt habe ich genug rumprobiert Jetzt habe ich wirklich genug rumprobiert Ne Ne belassen wir es dabei Es bringt nichts Ich verschwende nur Zeit Und wie gesagt Lil Brimstone als Karte Auch interessant Aua Ach man Wieso spawnt er so viel Dreck Was zur Hölle ist los Wo kommt die ganze Kommt der ganze Dreck her Wie viel hat der gespawnt bitte Der ist ja richtig Agli diesmal drauf Das war überhaupt kein guter Kampf bisher Der hat so viele Mistviecher am Anfang gespawnt Das war richtig übel So mach dich weg jetzt Boah das war ein schlechter Kampf Wieder kein Deal Damit bedeutet das auch in der nächsten Ebene Kein Angel Deal Speed und Shot Speed Up Okay Mein Gott ey Bombentechnisch sind wir gut Schlüsseltechnisch sind wir gut Energie ist ziemlich kacke Aber jetzt kann ich noch die Herzen einsammeln Die hier rumliegen Weil jetzt bin ich bei weitem nicht mehr voll Jetzt bin ich bei weitem nicht mehr voll Und ich habe 15 Münzen Ach das waren hier die Herzen Ja okay Aber meins Okay im Geheimraum ist noch Ein Herz Genau hier Ja war nochmal eine Münze Okay Kaufe uns noch ein Item Man weiß halt nicht was man bekommt Deswegen ist es egal welches von beiden ich nehme Oh okay Das ist jetzt dass ich Bomben Selbst sprengen kann Also dass ich entscheide wann Bomben gesprengt werden Jetzt ist es natürlich hier wieder die Frage Ist es jetzt ein Spaceball Item was irgendwas auslöst Oder löst es wirklich das aus was es auslösen soll Wir werden es feststellen So jetzt ist natürlich auch der Startraum im Moment keine Option Boah ich hasse diese Dinger Ja weil die einfach mich Ich laufe irgendwo hin und die treffen mich einfach so Ich weiß gar nicht wie ich den denn auswirken soll Das ist doch kacke Pfeffern einfach irgendwo ihren Müll hin Der Raum hier killt mich grad Wait der Brimstone Dings ist noch da Den ich mit der Karte geholt hab Hab ich den jetzt grundsätzlich hab ich gar nicht gemerkt Scheiße Das ist ja gut Das ist ja an sich gut Ich muss jetzt nur erstmal überleben hier Freunde Oh Gott Schlechter, schlechter Raum Die Dinger können mich onehitten Okay Onehits Abgewehrt Dude So da unten ist der Itemraum Guck nur kurz noch nach blauen Steinen Ey wenn wir dieses Item jetzt wirklich bekommen würden Was da liegt ne Oh ich Wäre so happy Aber wir bekommen es natürlich nicht Oder ist das Nee das ist gar nicht das was ich dachte Ist irgendwas anderes Komm gib mir irgendwas Energie Oh nein Spin to win Ich nehm an das ist jetzt ein Spacebar Item Was halt ein Spacebar Item ist Jetzt würde ich aber dann doch einmal kurz zumindest die Bomben ausprobieren Ob die Wie die funktionieren Ach doch hier ist nicht das so ein Ding Ja okay die Bombe explodiert tatsächlich nicht Ich setze mal das Spacebar Item ein Hö Ich kann grad alle Spacebar Items einsetzen die es gibt Und ich krieg die Bomben bevor er mich nicht mehr explodiert Weil ich dieses Ding habe Und es ist die Ein Effekt würde die Bombe explodieren bringen Aber ich kann grad alle Spacebar Items einsetzen die es gibt Ich weiß dass irgendwann dieses Damoklesschwert auch ausgelöst wird Aber bis dahin kann ich alle Spacebar Items einsetzen Ähm Interessanter Spacebar Item Effekt Ich mach mal vorsichtig Ah jetzt hat es den Stein ausges- Ja okay auch interessant Hilfe Was passiert hier Was ist das Aha Das ist irgendein Schlüssel den ich werfen kann Chillig Pokeball Kann ich damit Bomben fangen eigentlich Nein Das ist ja sick Okay Geht das in anderen Räumen auch wo keine Bomben liegen Ja Oh das ist dieses komische Ding Das ist auch was was man werfen kann Okay Das heißt ich hab grad ein Spacebar Item in der Hand Was ich unendlich einsetzen kann Also literally unendlich Ich hab irgendein Spacebar Item eingesetzt Was Engelraum Items droppt Okay wir spielen erstmal weiter Ich hab ich kann jetzt Bomben nicht mehr einsetzen weil sie nicht mehr explodieren Aber sobald ich in die Enge gedrückt werde setze ich mein Spacebar Item dauerhaft ein Und die Sache läuft Ich hoffe nur dass niemals dieses scheiß Schwert kommt Und wenn das Schwert da ist Wenn das Schwert da ist Dass ich nicht getroffen werde Ich mein noch kann ich getroffen werden Noch ist alles okay Wir sind jetzt gerade schon böse unterwegs Also was wir jetzt haben an Energie Und an Damage und Kram Ist insane Dafür verzichte ich auch gerne auf den Bombeneffekt Holy moly Das ist wirklich Also Spacebar Items sind wirklich die Rettung in diesem One Genau sowas haben wir gebraucht Ganz genau so eine Scheiße haben wir gebraucht Das ist ja insane Das muss Ich weiß nicht was es für ein Item war Ich hab's ja nicht mal gesehen Aber dieses Item hat einfach zwei Engelraum Items gedroppt Das ist ja komplett insane Ich muss da unten weiter laufen Okay Ne ich geh da jetzt auch nicht rein Und ich hab noch irgendwelche Sachen um mich rum Ich hab keine Ahnung was ich jetzt alles gesammelt habe Ich hab literally keine Ahnung was ich jetzt alles gesammelt habe Aber es ist komplett insane Und das Ding ist ja Selbst wenn wir in Bedrängnis kommen Dann spam ich einfach Spacebar Ich spam Spacebar Ist mir scheißegal Ich mein da kommen so viele Effekte Von wegen Dass du Herzen bekommst Dass du aufgeladen wirst Und so weiter und so fort Es gibt so viele Spacebar Effekte Und jetzt kann ich ja noch getroffen werden Wir haben ja das Schwert noch nicht mal ausgelöst Yo Wenn der One schief läuft Weiß ich nicht mehr Dann weiß ich nicht mehr Ich setze jetzt auch keine Pillen ein Ich werde jetzt den Teufelhund und eine Pille einsetzen Nicht dass es irgendeine Pille gibt Die mir meinen Spacebar Item klaut Oder was weiß ich Ich geh jetzt auch nicht in den Shop Ich will es einfach nur noch durch Einfach nur noch durch die ganze Kacke hier durch Alter Ich werde hier nichts mehr Ich mache noch so Sachen Dass ich vielleicht so ein paar Kleine Sachen mitnehmen kann Aber Schlüssel haben wir genug Wir kommen in jeden einzelnen Itemraum rein Den es noch gibt Yo Ich 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 mein Was mir passieren könnte Ist dass ich als Spacebar Item Einen Dice einsetze Der mich komplett rerollt Dann ist das Spacebar Item futsch Sowas kann zum Beispiel natürlich noch passieren Deswegen sag ich ja Ich werde jetzt Versuchen Nichts mehr einzusetzen Wir sind im Moment in einer Absolut guten Lage Ich mein Schaut euch das an Schaut euch das an Wie wir ihn wegfrühstücken Es ist insane Es ist einfach nur insane HP und Shot Speed Up Optimal Wie gesagt Bomben kann ich nicht mehr zünden Ich brauche gar nicht nach blauen Steinen gucken Weil der Bombeneffekt sich halt nicht auslöst Scheiß drauf Komplett scheiß drauf Es ist egal Es ist egal Wir raschen jetzt hier durch Die Mist durch Ah wir machen jetzt Wenn wir getroffen werden Machen wir Machen wir Gegner zu Gold Oder was Haben wir das jetzt auch noch zusätzlich Den Effekt Das bedeutet mehr Münzen Oder Ah ne das war Weil Das war weil Mein Herz Ich hab Ich hab nicht nachgedacht Das war wegen meinem Herzen Meinen goldenen Herzen Ja das war der Effekt Nevermind Hab nix gesagt Ne ich spreng da jetzt auch nix Ich sag nur ich spreng nix Ich kann eh Ich kann eh nicht mehr sprengen Bomben haben sich verabschiedet Für was viel bessere Das ist Das Item was man braucht Dieses Item oder irgendwelche anderen Items Die man halt dauerhaft einsetzen kann Als Basebar Es ist insane Ich kann mich nur wiederholen Diese Challenge ist einfach pures Glück Diese Challenge hat nichts Ich mein Gut Am Anfang musste ich recht gut kämpfen Weil die Bloat Kämpfe da waren Aber sobald du Ich mein Du könntest auch mit diesem Item starten Du könntest literally mit diesem Item starten Das könntest du als erstes einsetzen Im ersten Itemraum Könntest du es einfach haben Und Oh stimmt Ich hab das ja bekommen Weil ich es gekauft habe Meine Entscheidung Dieses Item im Shop zu kaufen War die beste Entscheidung Des heutigen Tages Das hab ich grad noch gar nicht bedacht Ich hab dieses Item hier einfach gekauft Ja ich komm leider nicht an die Kiste ran Weil die Bombe nicht explodieren wird Die ich hier setze Aber scheiß drauf Ich will noch den Itemraum Den Itemraum nehme ich noch mit Gar keine Frage Wir sind jetzt in dem großen Raum Okay Da kann ich darüber noch Okay hier geht's hoch und nach rechts Ich würd sagen rechts ist dann Richtung Ja Itemraum Hoch hätte keinen Sinn ergeben Den Item mitnehmen Nein Nein Mein Spaceball Item Gebe ich nicht mehr her Aber sowas von Gebe ich mein Spaceball Item Nicht mehr her Oh mein Gott Oh mein Gott Eigentlich können wir durchsteppen Eigentlich können wir durchsteppen Na Bloat hast du Bock? Ich hab richtig Bock gerade Jetzt kriegst du alles zurück Alles kriegst du zurück Jeden einzelnen Schmerz Den du mir zugefügt hast Du blödes Drecksding So Oh Gott Das wird ein Spaziergang Ich bin Ich bin gerade Voll übermütig Ich wüsste aber wirklich nicht Also Ich bin ganz ehrlich Ich wüsste nicht Was jetzt noch schief gehen kann Ich werde das Spaceball Item Nicht einsetzen Nicht mehr einsetzen Bevor es nicht kritisch wird Nur wenn es kritisch wird Werde ich es vielleicht nochmal einsetzen Aber ansonsten lasse ich es Ich werde jetzt auch keine Rune einsetzen Ich werde nur Sachen einsammeln Sowas werde ich tun Ich werde Dinge einsammeln Aber ansonsten lasse ich es Weil ich weiß Es gibt definitiv Noch Pillen und Sachen Die könnten mir vielleicht Wirklich irgendwas versauen Ich weiß es nicht Ich will es nicht wissen Es gibt vor allem neue Effekte Und die will ich auch nicht wissen Okay hier geht es nicht weiter Nach unten geht es weiter Da ist der Item Raum Sehr schön Ein Item das wir auf jeden Fall mitnehmen Denn ich weiß ja nicht was es ist Tiers ab und Rangetown Perfekt Allerdings ein ziemlich starkes Rangetown Wenn ich mal ehrlich bin Aber gut Was soll's Wie sah dieses Ding jetzt aus Was ich gerade eingesammelt habe Ah das war diese Träne Ja das war diese Träne Ja nicht jetzt Nicht jetzt Also Wenn ich sie nochmal sehen Würde ich die Träne Würde ich sie nicht mehr nehmen Weil es schon ein böses Rangetown ist Also das Die Range ist jetzt wirklich Sehr sehr schlecht Aber es ist nicht weiter Nein Kannst du behalten Die Pille Nehmen sie nicht mal mehr mit Nehmen sie nicht mal mehr mit Also das Rangetown war jetzt nicht so gut Aber wir sind halt noch stark genug Und wir haben Wir haben alles Guckt euch die Herzen an Wir sind voll Wir sind energiegeladen Technisch voll Und da ist der Boss Jetzt bin ich gespannt Ob Mom kommt Oder ob nochmal Bloat kommt Jetzt bin ich wirklich gespannt Mom oder Bloat Lol Ach zwei Bloat jetzt Ja moin Das ist ja richtig insane Zwei Bloat Wir haben gerade irgendeine Verwandlung Wir fliegen Ich weiß nicht was ich genau Also ich habe die Bibel eingesammelt Ja Ah drei Engel Items Drei Engel Engel Raum Items Ne Das macht die Verwandlung zu Keine Ahnung was Aber es ist drei Engel Items Daran lag es Ich gucke kurz nach wie es heißt Ist es Lads Ne Quatsch Ist es Dings Hier Na Na sag schnell Ähm Seraphim Wir müssten Seraphim geworden sein Wir müssten Seraphim geworden sein Ich glaube mit dem Buch kann man sowohl zu Bücherwurm werden Aber wenn es die Bibel ist kann man auch zu Seraphim werden Und wir haben zwei andere Engel Raum Items schon eingesammelt Deswegen So ich habe das richtige Space Item dabei Nicht dass ich das andere mitnehme Will nicht die Bibel mitnehmen Weil die Bibel würde sechs Aufladungen bedeuten Und ist ja dann nicht mal die Bibel Holy shit wir fliegen Ja Curse of Darkness Du kannst mich mal Ist mir völlig egal I don't care I don't care about anything at all Wir frühstücken jetzt hier alles einfach weg Aber zweimal bloat Holy shit Das ist super gut zu wissen Dass der Dass da zweimal bloat kommt Wahrscheinlich kommt dann einfach viermal bloat Anstatt dem Herzen oder so Ey das wäre böse Aber wir sind jetzt so OP Wir kommen durch Wir kommen problemlos durch Solange ich nicht Versehentlich Irgendein Space Item einsetze Was böse ist Ne Aber was soll mir denn jetzt noch Was soll mir denn jetzt noch passieren Was soll mir denn jetzt noch passieren Was soll mir denn jetzt noch passieren Wo ist der Schlüssel Da Ja komm Ach wir können ja eh fliegen Ich nudel Ich hätte ja hier einfach drüber Ist egal Ist wurscht War dumm Aber ist wurscht Ist egal Dass es dumm war Juckt Keinen Ah ich hasse dieses Ding Aber wir sind beim Boss Ne sind wir nicht Hä Ich dachte wir sind beim Boss Nicht richtig hingeguckt Na geh halt wieder auf Okay ich muss noch ein bisschen Auf meine Energie natürlich achten Gar keine Frage Wir sind es da oben Ich gehe weiter hoch Würde ich sagen Ja ich gehe weiter nach oben Boss Boss Raum gefühnt Aua Boss Raum gefühnt Wie viel Bloats Okay jetzt wieder nur noch einer Jetzt ist wieder normal So wie wir Bloat kennen und lieben Das dumme ist mein Range Das mein Range runter ist Ist echt nicht so gut Aber was soll's Weg mit dir HP ab Sehr nice Jetzt war es sogar ein doppeltes HP ab Sehr gutes HP ab Weiter im Programm Letzte Ebene Ich bin jetzt echt gespannt Ob jetzt das Herz kommt Oder einfach nochmal Zweimal Bloat Oder dreimal Bloat Oder weiß ich nicht Und wir sehen immerhin auch wieder was Jetzt trainiere ich mal kurz mein Auge Ob hier ein Stein dabei wäre Den ich sprengen könnte normalerweise Jetzt gerade kann ich eh nichts sprengen Ich hätte jetzt aber auch keinen gesehen Wenn hier einer war So möge man es mir verzeihen Lol Da ist einfach Einfach Dings Da ist einfach ne Bücherei Wisst ihr was Ich gehe da jetzt schnell rein dann Und wer zum Bücherwurm Dann kann ich doppelt schießen Und ich mein Das ist es wert Dann haben wir zwei Transformationen Wir sind Seraphim Und wir sind Bücherwurm So why not Ne Nehmen alles mit was uns hilft Na wo ist er denn Dude Wow Ich wusste jetzt schon nochmal Noch mal ein Gegner spawnen Muss doch schon nochmal ne Sonst wäre er nicht happy gewesen So Es sind zwei Bücher wie gesagt Und damit werden wir jetzt zum Bücherwurm Und ich baue meinen Remote Detonator wieder Dankeschön Und jetzt schießen wir nämlich doppelt Manchmal Und das ist natürlich was Das kann man mitnehmen Das habe ich letztens zum Beispiel Einfach liegen lassen Ich weiß nicht mehr warum Weil ich halt dumm bin Ja und wie gesagt Also wenn es jetzt beim Bosskampf kritisch wäre Dann spame ich einfach Spacebar Bis er down ist Ich kann so viele Sachen spawnen Die ihn einfach erledigen Ich könnte zum Beispiel auch zufällig einfach die Bibel erwischen Achso Ja gut Muss ja nicht Bin schon wieder dumm Es muss ja nicht das Herz sein Es muss ja nicht das Herz Es muss ja nicht Ja genau Kann ja sein Es ist bestimmt wieder bloat Es ist bestimmt wieder bloat Es ist bestimmt wieder bloat Wir sind beim Boss Okay Wir sind beim Boss Abflug Es ist bloat Ein einfacher bloat Nur beim beim Mom kommen zwei bloats Und hier kommt nur noch mal ein einfacher bloat Okay Okay Dann schließen wir es eben ab Ey die Challenge ist pures Glück Mackie hat jetzt eine Pille wenn sie startet Nice Alter Die Challenge ist pures Glück Dass du so ein Spacebar Item bekommst Dann ist vorbei Das ist Das ist was du brauchst Du brauchst so ein Spacebar Item Ich hab's von Anfang an gesagt Spacebar Items sind der Way to go in dieser Challenge Und zwar so ein Spacebar Item Was ich nicht mal aufladen muss Was du einfach spammen kannst Bis du OP bist Alter Was zur Hölle Yo Aber was ist das eigentlich für ein sickes Spacebar Item Was zwei Engelräume Engelraum Dinger Mir gebracht hat War das vielleicht Pandoras Box Und es hat einfach dann so getan Wie wenn es in einem anderen Raum war Oder Keine Ahnung was das für Ich mein Es gibt garantiert kein Spacebar Item Was man aufladen kann Was dann immer zwei Engelräume spawnt Er ist ja zwei Engel Items spawnt Das kann nicht sein Aber es könnte halt eins geben Was einmalig eingesetzt wird Und dann zwei Engelraum Items spawnt Wie gesagt Keine Ahnung was für eins Ist auch egal Ich bin durch Danke fürs Zuschauen Der Run passt auch wieder perfekt Zu dem verrückten Tag Also was das jetzt Das war jetzt ein Spaziergang Nice Mein Gott Danke fürs Zuschauen Und tschüss Danke fürs Zuschauen Danke fürs Zuschauen Danke fürs Zuschauen Gute Danke fürs Zuschauen Eine gute idee